Jetzt ist er zurück. Pierre-Michel Lasogga gibt sein Debüt bei der U23 von Schalke 04. Und wie es sich für einen Ex-Bundesliga-Stürmer gehört, köpft er auch gleich zum zwischenzeitlichen 1 zu 1 im Testspiel gegen Havelse ein. Der 31-Jährige war über ein Jahr vereinslos, ehe er im Juni bei der zweiten Mannschaft von Schalke in der vierten Liga einen neuen Vertrag unterschreibt. Bis 2022 spielt der Mittelstürmer noch im Wüstenstaat Katar, findet danach jedoch keinen neuen Verein. Ob Lasogga auch für die erste Mannschaft von Schalke in Zukunft spielen wird, ist unklar. Auf alle Fälle macht er mit solchen Toren wieder auf sich aufmerksam.